Im Rahmen der Sylt Gastromesse gingen am Freitagabend etwa 150 Gäste beim Genusspfad Natürlich Sylt auf eine kulinarische Rundreise durch sechs renommierte Westerländer Restaurants. Die allermeisten Produkte, die am Abend auf den Tellern der Teilnehmer angerichtet wurden, kommen direkt von Sylter Landwirten und Produzenten und das ist auch das Credo des Genusspfades, zu zeigen, wie umfangreich die insulare Erzeugervielfalt ist und dass auf Sylt nachhaltig und authentisch produziert wird. Das genussvolle Essen wurde von korrespondierenden Getränken abgerundet. Die Gäste starteten das Restaurant Hopping im Ebbe & Food zu Fuß oder mit dem Shuttle Service ging es dann auf dem Genusspfad, von Restaurant zu Restaurant und immer gab es Neues und Kreatives zu entdecken.